willkommen zu einer neuen folge let's play you guys a battlefield ja was wir spielen mit mir und diesmal ja spielen wir c4 bike ja der bike action mit jeepstuff haben wir jeepstuff oder possibly stolen jeepstuff hab ein bike hab kein bike hat der spaß dann steck ab und drüben stehen genügend du bist nein mach das ding weg macht das ding weg die gefahren c4 hat doch c4 dran gemacht nein mach das weg wieso weil du hinten drauf sitzt naja stimmt das tötet uns dann nur ist ja noch c4 dran oder soll ich mal zirken nein ich hab ich hab nur meine monik äh ne warte ich jetzt drauf ja mach mal na egal hält doch aus dann mal los noch kurz gucken ob ob er es wirklich aufnimmt ja es nimmt auf so das bremst natürlich sofort ab ja also wenn wie gesagt mal wieder ein dice mitarbeiter zuschaut schmeißt wie gesagt die person raus die die steuerung von autos erfunden hat die vorgänger genauso hier links ja warte wir fahren von hinten hin das kommt besser hau ab hau ab hau ab hau ab feuer 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 so gleich ich spiel nochmal mit dem panzer da ist er glaub ausgestiegen naja wir haben den panzer da vor uns hau ab hau ab man weiß 2 2 c4 für den panzer ne oh ich hab 4 äh ich hab 3 dran gemacht ja ok 3 ist auch gut haben wir noch ja die monikiste haben wir auch noch naja die macht schön die hänke hier drin ja die kann sein wird ja mal zerstört mit der zeit ich weiß es nicht äh so das war ein fehler von mir ich hab auf die minikarte geklappt der soll das leben abgezogen ja so wir haben da mitten in der papa wobei wir nehmen uns den wieder verlieben näher sind nicht so geklappt nein nein der ist daneben der ist daneben oh gott nochmal daneben warte bleib hinten dran bleib hinten dran ja ja oh ich hab ich glaube das ist an uns das wir heften muss machen naja eins ist an uns jetzt 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 spam hin spam hin ja hat er oh oh ups hier opala alter was war das jetzt wir hätten wegfahren sollen na gut ich hab aber ich hab die ich glaube wir waren noch mit c4 wir gehen bei g rein ja moment ich fahr kurz ein bisschen hier auf den berg ja so hier hin so oh das ist kipp aber schön dran aber nicht so schön wie das eine ding was da mit gefahren ist ja 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 detonator äh wir haben eventuell bei c wir haben zumindest da ein helikopter der ist aber und da hinten ist noch einer oh gott der sieht uns hoffentlich nicht oh da haben wir einen mal kurz ähm mach mal f können wir zu ja ne du kannst gleich mal rein du kannst mal die kunsten dingen suchen ich hab halt ein klitzekleines problem da ist ein freundlicher polizei hier nach östlicher position so ich hab grad irgendwie ein leichtes verbindungsproblem aktuell bei mir hast du jetzt ein bike oder? hast du ein bike? ja ja kannst du damit schon äh ja da bist du äh warte fahr du mal ok so ich hab gerade ein leichtes technisches problem wir arbeiten und da äh rechts einfach mal ran bekleben das war schon kaputt aber wir fahren einfach nicht mehr ja voll flieg auf b passiert nichts reifen wohl platt der einfach nicht fahren will boah und die sich auf kurze distanz schön halt dem Ding hochjagen so dann tun wir mal hier wieder dann machen wir wunderschön wir haben gerade Einsatz zu Gorth neutralität ja ja wieder so wollen wir hier rüber wollen wir hier machen wir nein mach das nicht das ist doof doch das ist voll die Fremse das ist sehr schmerzerbringend ist jetzt unter unserer Kontrolle hui oh Gott oh einmal mit Profis wo ist denn hier jemand bei oh die kommen jetzt Ohr da kommen Haufen Panzer hinten bei den Base ja ich sehe leider nur den auch der ist doch sexy er ist doch sexy südlich deiner aktuellen Position ist ein feindlicher Panzerwagen Herr Dab greift gültes Einsatzziel an ja da kommt einer hoch vor uns vor uns vor uns äh moment zieh mal nach links und fahr da nah fahr hinter denen hin der ist oh oh Achtung wir haben nen Heli wir haben nen Heli der Panzer ist er flücht erstmal vor dem Heli oh nein wow oh schön runter ach der Panzer ja LIB ich bin doch eigentlich so schön professionell drum rum gefahren ja das kapiere ich auch nicht aha oh jetzt ist der schön drauf äh vor ein so ich werde erstmal ich habe Sichtkontakt zu dem feindlichen Panzerjäger südlich von dir da oben ist einer ja ja ah da haben wir ihn hier wir werden von hinten hin komm zurück komm zurück komm zurück komm zurück komm zurück komm zurück da so in der Base ist einer wo da war einer naja ich glaube es war einer von uns ne ne da war einer markiert im Gegner oder da drüben wir müssen in der Wüste ne 14 ja ja ich meinte hier da ja haste hm jetzt ach Gottchen oh Gott umdrehen so rum ja genau bisschen nach rechts ziehen links und rechts er kriegt uns nicht und er kriegt uns nicht 180 Grad Bände und so ne scheißerei hier Dekatronieren jetzt alterstilkosten alterstilkosten Dekatronieren jetzt alterstilkosten oh das war die Kiste denn wir haben keine Kiste mehr ja warte mal kark mal hinten bei uns oh da ist sogar auf dem Berg wieder ja wir haben sogar da nen Panzer zuhause links 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 ja ne ich will erstmal Muni Kiste oh ja Moment oh oh die ist runtergefallen scheiß lau mal weg der Panzer kommt der Panzer kommt der kommt ich kann nicht rauf ich kann nicht rauf du musst lauf mal ein bisschen rum lauf mal ein bisschen rum jetzt ja nicht mehr da äh ne unser Panzer hat den glaub ich grad geröstet greift das Einsatzziel an äh geradeaus da können wir nen Roadkill machen wo denn? oder ne der ist weg äh zur rechten oder zur linken haben wir beide Seiten den Panzer ja geradeaus oder? ja gucken wir mal oh oh wow Panzer Panzer brennt Panzer guckt auf uns Panzer tot Edi ist trotzdem noch äh für uns ah wo oh nicht auf die Steine draufholt Fuß tut den hallo ja ich muss da Fluchtweg von einer versuchen sicher sie ist Einsatzziel wir haben übrigens auch keine Moneybox mehr dann tu mal schnell eine rauf dann mal an ok währenddessen hier unten parkt einer vor uns ja zieh nach links wow oh nein der hat uns gesehen ja gezielter Schuss gezielter Schuss ganz kurz Patrick phew äh so mal hier hinten wieder schnell spawnen wir haben also Tio Bravo neutralisiert ich fahr schon mal zum Panzer wenn er jetzt da noch steht ja komm so vor ach gott ich hab's nicht komplex zu dem feindlichen Panzer restlich deine Position ähhh wo haben wir's denn da was machst du denn da komm zurück du sagst wenn du dann mal in der Nähe bist bei ich hab ne Panzer hier unter mir aha wobei da drüben fuck fuck da sind zwei boah ach verdammt bin weg gesnipert worden ah schau dir grad aus ja ich bin bei F und hab eins ach ich bin grad dass wir nach hause gekommen mh ich bin seit 14 Uhr und nicht zuhause ach gottchen so also ich wär soweit du konntest gerne vorbeikommen hab wieder ein Bike wo bist du ach du hast ein Bike ich hab jetzt auch eins mein Scheiße ja ich hab doch gerade gesagt ich hab EF1 ich hab grad nicht hingehört ach so ach so kleinen Tipp hab ja echt wieder Recording Channels geht doch an auch noch ne Channel wenn ihr aufnimmt ja du bist jetzt nicht da gewesen denn oh soll ich dich mal runterziehen oder wo's nein nein wo ist das nicht ich bin wieder weg tschüss tschüss was sei denn nach oben ja ja vorsichtig ist noch mal jemand kaputt oh da ist ein Gegnerpanzer tu mal jetzt zünden einfach tu ich komm die hier nicht weg ich muss jetzt selbst bobe gehen ja los los der hat sich da aber auch ganz schön verklemmt ich hab ja nix dafür ja ich will doch hier mal links fahren nö der fährt gerade aus wieso ich will den auf den Dünen da links ja ja wir haben jetzt übrigens auch mit einem Livestream der sich leider aktuell kurz verabschiedet hatte weil hier ab ein Verbindungsproblem in der Art komm oh oh ich bin erschossen worden ich auch aber ich hab ihn noch mit C4 gekehlt ich hab noch 150 Punkte bekommen Mensch wir sind sogar in der Liste einigermaßen weit oben äh hab eins ja ich mein hast du jetzt eins ja spawner ok der Hinderungsfahl gerade ab wow da ist ja einer ja fahr mal rechts runter nicht so hoch hier rückwärts ne das schaffen wir das ist wirklich sowas was denn so äh warte mal wo ist jemand scheiße wo ist denn der ich glaub rechts fahr mal ein bisschen rechts wenn er nicht schon down ist ja ich glaub der ist weg oder bei C sind wir Achtung feindliche Rakete im Anflug da können wir ja mal mit erobern da können wir ja mal nett sein ja wir können ja mal nett sein und Punkte machen der brennt ein bisschen der Panzer wir haben Einsatzzieht Charlie erobert wo ist jetzt hier jemand oh 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 dein Ende mein Ende nur was ich hab Sichtkontakt von dem feindlichen Panzer nördlich deiner Stellung bist du nicht draufgegangen doch doch aber der Typ hieß doch dein Ende achso äh das hab ich jetzt echt nicht mitbekommen weil habt ihr nicht gewohnt im Moment absteigen hier ja mal gucken äh ja grad bisschen nix los ähm ne ich glaub die haben grad alle äh Leitches vorbei da vorne kommt einer mit dem Fallschirm runter ja den haben wir ein bisschen verletzt äh aber da ist er wir haben zwar einen Sniper gedödelt hier aber südlich deiner aktuellen Funktion ist feindlicher Helikopter da ist mein Freund was ich rechts ja ich würd mal nen Verdrücker machen und dann setzt nochmal neu an ich will das mal gucken wo einer ist vor uns da bei A was bei A bei A der ist doch markiert der streitet sich gerade mit nem anderen fahr mal nach rechts zieh nach rechts fahr hinter der Düne rum der Panzer sieht uns nämlich so du weißt schon was rechtes ist ich weiß da scheint ein feindlicher Panzerjäger zu treiben wenn sie keine Position so der ist hinter den hin und dann der ist schon dauer ne ja ne ich glaub der repariert sich wir machen trotzdem einfach mal ja der Mann kaputt hau ab hau ab hau oh du bist geflogen oder ich seh dass du wieder runterfällst ich fahr schon mal zum nächsten hab ich hab ihn getötet ja äh bin wieder da na warte hier lieber nicht oh boah schon wieder hey wo kann der Typ kriegt uns instant wie macht der das ich hab nördlich von dir einen feindlichen Panzer gesichtet na gut schon an 26 vielleicht weiß er schon irgendwie wie wie er schießen muss naja naja das ist schön wie man hier überall Warnsignale hört aber nirgends wo irgendwie ne Laterne ist die der äh Lausche doch nirgends stehen die offen toll kannst du aber nicht in der ganzen Map das hören oder doch die sind schon laut drüben war doch einer markiert oder hab ich wieder Seiten ja einfach Seiten Moment ich kann mal die Map post machen bei C ist hier jemand bei der Flagge zugange aber kein Tank Tank haben wir nur bei denen hinten in der Basis in Richtung E ok boah jetzt einfach geradeaus fahren oh Gott der guckt da vor uns ich fahr mal da hinten ja das nicht oh Gott da hinten ist einer da wo wo ich fahr links von uns da ja 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 ok oh komm oh da ist ein Sniper ja Moment wo ach hinter uns hinter uns hinter uns hinter uns hat nur ein Bogen gemacht unser Moped rauf ne das war was anderes ich fahr ich fahr ich fahr ich fahr ich fahr ne der ist links von uns guck mal der steht da hinten auf dem Berg egal warte wir nehmen den da oben äh ne linken linken ja genau den genau den mein ich ja aber der geht glaube ich gerade rauf ja er ist gerade rauf äh fahr mal hinter den Berg die von da drüben so so mache ich keine gute KD Lennart also ja ich erst recht nicht äh ab 1 ok wohin ach na wir die Dürme ich ja mal am besten ja warte mal ich hab gewusst wir haben bei A soweit keiner bei C wäre einer und bei B dieses Einsatzziel hat jetzt Priorität ja fahrt der längere Weg ich hab nicht Kontakt zu nem fein des AG ist das ein Heli ne 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 ein Panzer da steht ihn dabei ist ein ich hab Angst wegen dem Heli ja gut äh wir können auch erst zu B das ist das herhör na warte mal ne warte der Heli zieht ab aber was so von hinten rein das musste gehen wo ist da ein Panzer da war gerade einer kann sein der schon zugefahren da war die Lande gezielt durchgefahren ein bisschen ich mein ich hab zwei Warschel und Kuh gespammt aber du musst halt auch die Augen aufhalten ich kann nicht direkt so gut sehen ich hab nicht direkt unten auf dem Boden geschaut ich hab ja deinen Arsch im Gesicht so äh lass mal gucken wir haben da geradeaus oh Gott sind da aber viele komm die jetzt alle her was wie wie jetzt hä mein Gott wie der konnte uns doch nur in dem Augenblick kurz sehen warte hab eins äh äh wo da Moment 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 war was cool warte 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 war's cool war ich mal ja 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 äh hier ist laut keiner schöner hinter ja ne freck sie Arsch ich kann hier vom Moped fahren ok ich seh ihn euch schönen Snatchchen oh halt von mir geradeaus was du weißt hinten oder oh ne hier ah der hat nen Akku auf uns oh Gott ne er hat nicht geklappt ne aber er ist ausgestiegen aber der Typ da da ist ein Sniper oh ich bin ich bin runter gefahren steiger auf Fahrer steiger auf Fahrer steiger auf Fahrer ups ah ich bin auch weg der hat mich auch oh mein Fahrer ja du bist das ist ja das muss ja so sein wenn man abgeschossen wird B äh G spawn ich hab jetzt eins bei E aber egal oder egal ich hab nur gedacht hier klebt auch was dran achso nein ich muss noch kurz gucken oh ja hier klebts C4 oh nein oh nein oh nein verpiss dich ich bin jetzt bestimmt tot auf dem Fahrersitz oder so äh ja ne du liegst tot auf den Boden naja dann nochmal spawnen hier nochmal oh ja zu ja das klebt so schön unten dran mal gucken ob das jetzt auch äh guck guck an nein boah wir müssen weg wir müssen weg wir müssen weg Hedi 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 das ist noch hinter uns das ist noch hinter uns ach Panzer was oh fuck ich hab noch mich hat der Panzer weggelixt und ich mich nicht äh ich hab nur 100% äh 80% die Logik aber wir haben C4 kann kleben jetzt kriegt er erstmal wo dann kleb ran boah ich hab was hingeklebt aber es geht nicht drauf los Lennart so fahren ist scheiße ich bin schon wieder gestorben na ich bin nicht gestorben deswegen hab ich gedacht dass du auch nicht stirbst boah nimmst du jetzt ein Bike oder ich ich bin tot ja soll ich ein Bike nehmen ja mach ja mach gut jetzt bin ich jetzt wo ist es sinnvoll bei G ich fahr dir einfach ich spawne dir einfach nach warte oder hast du schon ne habe ich noch nicht endet naja äh äh spawne ist jemand überfahren hier ist ja irgendwo einer ja unter uns oh ich seh keinen nicht gut nicht gut da unten ist einer von uns au ja das sind einige von Gegnern noch die uns abschießen ein Panzer bei C der fährt jetzt vor uns auch links guck mal links oh ja wir haben auch ein Moped hinter uns ne du musst jetzt ganz schnell machen ja los 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 abhau zünde hä das hat nicht drangeklebt du hast es hinten hingelegt ich hab aber in Richtung des Dings das sah aus gemacht oh ja los so oh der war knapp oberteiligen Landmeak da läuft jemand auf der Düne hinter uns ja mein Gott der schießt uns schneller ab als wir ich meine ich kann schlecht läuft nochmal als wir uns erschießen 3b ist ein Panzer jetzt oder oder war weiß nicht Markierung ist weg irgendwo hier durchfahren da oder ah vor uns nein warte oh Gott ja mach mal ja aber ich bin weg da war noch einer ach schade ja ich war der muss den jetzt jetzt ist er kaputt ok ok kannst du spawnen ja ja so gut wo ist fein gemacht wir haben einen Flagg frei begrafen jawohl der Commander muss uns lieb haben wir haben gar keinen wir sind so ach so bei uns oh ja 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 ok bei uns sind ja fein gemacht das best auf c4 muss man machen wir haben zu unserer seite linken seite der wurde gerade herausgestellt ich kann nicht mehr fahren jetzt oh warte da ist Zeit Aua. Einmal so viele Panzer von uns hier. Bei C ist einer. Oder ja hier hinten. Wo ist hier einer? Oh ja, da hinten. Moment, wir müssen aber anders handfahren. Oh, vor uns. Wurken. Ja, nee, ich war in der Luft. Kann man nicht lenken. Aber du kannst dir jetzt was hinlegen. Ja, weg, 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 weg. Ah, okay. Boah, ja. Gut. Jetzt läuft der wie geschmiert. Oh, oder. Warte, ich glaube. Jemand. Hinter uns ist ein Panzer. Hinter uns ist ein Bike. Wir haben kein Dings mehr. Halt mal an. Okay. Los, los. Wir haben sogar noch Mitspieler mit. Oh, das ist Gegner Bike. Da vorne haben wir zwei Tanks. Jetzt nur noch einen. Leg, 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 leg. Oh, du hast mich auch gekillt. Teamkill. Aber darf ich mal 500 Punkte bekommen. Ich hatte nur 450 oder 300. Okay, nehmen wir bei G ist Spike. Nein, ich spawne ihn auch. Und? Doppeltape besser als... Doppeltape besser als... Ich hab Sichtkontakt zu einem feindlichen Panzerjäger, südlich deiner aktuellen Stellung! So, jetzt wird doch die KD besser. Nein, meine nicht. Aber ich bekomme zumindest einigermaßen gut Punkte. Ja. Man könnte ja denken, wir tun uns am Spiel beteiligen. So als normale Leute. Joa. Wir haben ein paar Gelds... Du müsst jetzt mal gucken, weil ich kann nicht hin und her lunzen. Ja, ich guck mal... Äh, ja, geradeaus jetzt. Da sind dann zwei. Ja, hier ist Def. Ah, der Panzer ist zerflöttert. Äh, jetzt... Ja. Aber das sind noch ein paar Leute. Ja, wir raschen durch. Oh Gott. Ja. 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 Ach, jetzt... Oh, der ist schon weg. Der ist schon weg. Der ist schon weg, der ist schon weg. Ja, ich muss aber trotzdem erzünden. Ja. Gerade, halt mal an. Halt an. Wieso? Ich brauch Muni. So, ne. Boah. Das ist gut. Na, daneben. Ja, egal. Wir haben einen Panzer, der ist sonst auf uns. Ich hab nur noch... Ja, gut. Ich hab erstmal einen abgeladen. Moment, geht. Feuer. Ja. Roadkill. Hier oben aufm Berg. Nächster. Roadkill. Aufm Berg. Ja, ich weiß. Ja. Du musst nachladen, ne? Ne, ich hab, ich hab, ich hab. Kannst. Ich hab ja kurz nachgeladen. Ja, ich weiß, aber wir haben hier. Wir haben ein Problem. Oh. Oh. Ja, fahr weg. Fahr weg. Ach, schade. Wie jetzt? Der hat nicht... Ich bin im Panzer fest. Ach, verdammt, sag das. Ach, man. Ich hätte noch wechseln können, aber der hat mich dann weggemacht. Ah, ne. Es sah so aus, als wäre der in der Leiche auch weggeflöttert. Ne, ne. Meine saß noch drauf und... Ah, okay. Bei mir sind beide weggeflogen. Halt kurz an. Okay. Äh, fahr mal zu... Irgendwie B da hinten. Da laufen aber auch viel Fuß vollkommen. Ja. Wollen wir aber wieder hinten rum? Besser. Da fährt auch ein anderes Mobbit. Ja, stimmt. Der fährt jetzt Richtung C, oder? Ja, ja. Wir sind nicht mehr alleine damit. Guck mal, ich hab nur so einen scheiß Rammer gemacht. Ja. Schon fast die Hälfte wieder weg. Na gut, solange die sich mit. Ja, rechts hier. Ja. Da. Das auch. Ah, super. Ey, da waren noch zwei Räder zu sehen. Das ist wirklich... Ja. Super. Die zwei Räder reißen's raus. Äh... Will ich mal wieder Bums machen. Geht zur E oder so. Ja, nimm dir mal ein Bike. Kurzweil, du hast verloren. Ja. Ja. Äh... Bei A vorne... Geradeaus ist einer. Ja. Ja. Wo, was war denn jetzt? Wo, 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 wo. Hä? Oh, so. So ist es vorbei. Wieso hat sie uns trotzdem so weggeschoben? Ich hab keine Ahnung. Naja, das war jetzt eine kleine Runde C4 Bike. Wenn euch jetzt gefällt, könnt ihr sie mal in die Kommentare schreiben. Wir sind keine Noobs. Wir spielen einfach nur anders. Ja, also... Na gut. Das kann man ja nicht sagen. 14.000 Punkte sind ja trotzdem gut. Also... Okay. Naja. Dann, äh... Bis zur nächsten Folge. Mach die Aufnahme auf! Ja! Ne, bis zur nächsten Folge. Ihr könnt ja mal auf gameania.dk vorbeischauen. Und, ja, in die Beschreibung gucken. Da sind ein paar Livestreams. Da könnt ihr vielleicht auch mal zuschauen. Und, ja. Bis zum nächsten Mal.